Hallo meine lieben Sträuche, heute spiele ich wieder Murder Mystery 2 und bevor ich starte, gehen erstmal ganz liebe Grüße raus an Ronja Roblox Vibes, an Melissa, an Elisa, an Charkossi, an Nele, an Melinda und an Luluflox. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr genießt die Ferien, wenn ihr dann schon welche habt und dann starten wir jetzt auch ins Spiel hinein. Okay Leute, und ich bin natürlich, wie soll es auch anders sein, unschuldig. So, die gehe ich lieber aus dem Weg. Ich will eigentlich immer gar nicht, dass sie mir zu nahe kommen. Ich sammle jetzt Münzen ein. Und weh, jemand verfolgt mich hier. Die sammle ich da hinten auch noch ein. Du gehörst mir. Alles meins hier. Wenn ich sonst nicht viel besitze, aber die Münzen hier... Oh, oh, wo kommst du denn auf einmal her? Was hat er da im Mund? Eine Flagge? Hat eine Flagge im Mund. Und anscheinend spielt er gar nicht mit. Ich rempel ihn einmal kurz an. Hallo? Spiel? Nö, interessiert ihn nicht. Er ist wahrscheinlich gerade gar nicht da. Na gut. Sollte nur aufpassen, wenn er sich auf einmal doch bewegt. Nicht, dass er hier der Mörder ist. Dann habe ich schlechte Karten, gerade weil ich ihn auch angerempelt habe. Aber momentan ist noch Ruhe. Glaube ich. Zumindest höre ich nicht irgendwie jemanden mit dem Messer... Okay, ich hätte nichts sagen sollen. Da kam das ungute Gefühl. Und es wurde auch schon geschossen. Und wahrscheinlich sind sie alle wieder da. Ja, da sind sie in Gange. Ach, okay. Er ist der Mörder. Und das hat sie schon erledigt. Es gibt einen Sieg. Einen Sieg für die Gewinner. Für die gute Seite. Okay. Und ich bin unschuldig. Yay. Was soll man dazu sagen? Ich weiß auch nicht. Es ist einfach kein Spiel für mich, wenn ich unschuldig bin. Ich fühle mich dann so nutzlos und hilflos. Ich fühle mich dann einfach ausgeliefert. Ich fühle mich dem Mörder ausgeliefert. Ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Rein theoretisch könnte ich mich nur verstecken. Aber das geht in diesem Spiel natürlich auch nicht unbedingt. Das wäre ja nämlich auch wieder sehr gemein. Dem Mörder gegenüber. Alleine diese Ironie dahinter, oder? Man versteckt sich nicht, wenn man nicht gemein gegenüber dem Mörder sein möchte. Aber der Mörder tötet einen. Naja, gut. So ist das Spiel. Und man will ferspielen. Aber ich würde auch gerne überleben. Und da ist die Waffe. Okay, also ist sie wahrscheinlich die Mörderin. Ja, sie ist die Mörderin. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir es, an die Waffe ranzukommen? Okay, er schafft es schon. Während ich hier stand und beobachtet habe... Warte, also ich... Ah! Wo kommst du denn her? Ah! Nein! Nein! Oh nein! Ich dachte irgendwie, die ist voll anders. Ich glaube, die kam wahrscheinlich auf so einen Geheimgang oder so. Und weiter geht's. Ich bin unschuldig. Ja! Ich hatte das gedacht. Und vielleicht sollte ich nicht unbedingt hier alle dahin rennen, wo alle sind. Aber was soll man machen? Ganz oft rennen sie mich auch immer hinterher. Fuchtest du da rum? Hilfe! Wer schießt da? Alleine wer schießt da? Als ob da von Gefahr ausgehen würde. Nein, die Gefahr geht natürlich von unserem Mörder aus. Frage ist nur, wer ist das? Wer bist du? Mörder. Wer bist du? Warum schlachtest du hier alle ab? Vor allen Dingen nicht wer bist du. Wo bist du? Denn ich möchte nicht da sein, wo du bist. Ich möchte da nicht sein. Ich möchte am liebsten, möchte ich eigentlich nur die ganze Zeit überleben. Und weil es natürlich richtig geil wäre. Oh Gott, hast mich erschreckt. Weil es natürlich richtig gut wäre, dann würde ich mir die Waffe nehmen. Und dann könnte ich den Mörder aufhalten. Bist du der Mörder? Die Frage, ob er der Mörder ist. Hm. Weiß es nicht. Er verfolgt mich, aber er tötet mich nicht. Und irgendwie sind alle anderen tot. Achtung. Okay, vielleicht war er doch nicht der Mörder, sondern er will mich jetzt hier gerade warnen. Ah ja, er wollte mich wahrscheinlich nur warnen. Nein, da ist der Mörder. Oh nein! Oh Mann. Oh, ich bin Sheriff. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren hier. Muss ich mich konzentrieren, dass ich unseren Mörder aufhalte. Bloß kein Druck. Bloß kein Druck. Ah, kannst du Trait annehmen? Jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich eine wichtige Mission hier. Die will ich eigentlich nicht verhauen. Oh. Oh, ich hatte gerade Schiss. Ich dachte gerade, ich bin da genau reingelaufen, wo der Mörder ist. Aber die Frage ist, wer ist der Mörder hier? Sie das ist. Oh, da kommt dort wieder jemand. Ah! Wer war's? Wo kam das her? Nein! Oh nein! Ja! Ja! Ich bin Mörder, ich bin Mörder, ich bin Mörder und ich töte euch alle. Ich bin Mörder, ich bin Mörder, ich bin Mörder und töte euch alle. Oder auch gar keinen, weil ich Angst habe, dass sie mich gleich ertarmen. Ich will nicht enttarnt werden. Ich will verdeckt handeln. Ich möchte am liebsten alle irgendwie töten. Ohne, dass ich aufgehalten werde. Aber das ist gar nicht so leicht. Wenn man immer wüsste, wer der Mörder ist. Wer der Sheriff ist, ne? Wenn man das nur wüsste. Dich hab ich schon mal. So, wo ist der Nächste? Der sterben möchte. Wo ist der Nächste? Du bist der Nächste. Und du bist auch der Nächste. Und da hinten ist auch jemand. Nein! Nein! Oh Mann, ich hätt's ahnen müssen. Nein! Erstmal zu Penny. Nein, ich geh nie wieder zu Penny einkaufen. Das kannst du aber vergessen. Da bin ich ja als Unschuldiger unterwegs. Und ich hab... Jetzt hab ich echt Bauschmerzen. Ich hab das grad eben... Aber sowas von verkackt hier. Also, ich weiß auch nicht. Oh Mann, das ist... Das ist böse gewesen. Das ist einfach richtig böse. Und was ist die... Oh, nein! Jetzt land ich natürlich genau da, wo... Wo der Mörder auch ist. Und er tötet einfach alles. Und eben hier. Während ich einfach nur wie so ein... Ich war einfach richtig die... Ange... Kackte Nudel hier. Oh, und okay. Er hat den Sheriff besiegt. Na toll. Ah, nein! Bleib doch da draußen. Keiner will, dass du jetzt hier reinkommst. Also, ich möcht's auf jeden Fall nicht. Will nicht, dass du reinkommst. Und ich bin auch nicht getötet. Oh, was ist das denn jetzt hier? Alles klar, okay. Das war jetzt irgendwie... Sag, hä, stand er nicht da drüben? Anscheinend nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Und er tötet einfach alles. Und ich verfalle hier in Panik. Denn ich will nicht getötet werden. Oh, aber wo ist er? Oh, da läuft der andere weg. Komm hier nicht rein. Bleib ja da weg. Bleib weg von mir. Nein! Lock ihn nicht hierher! Nein! Nein, 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 nein. Ich hab Angst. Ach, das sind doppelt. Dann hast du auch zwei. Ich glaub, das sind zwei, die so aussehen. Ich war ein bisschen verwirrt gerade. Das ist nur die Frage... Wo ist... Hat jemand die Waffe? Oh nein, da ist er schon wieder. Wieso ist er irgendwie mal da vorne? Jedes Mal, wenn ich irgendwo langlaufen will, ist er da mit seinem... Messer. Und wenn er irgendwie abschlachtet, das hört sich ja an, als wenn er... Keine Ahnung. Als wenn er die alle zerstückeln würde dabei. Oh, da ist er schon wieder. Ich hab Angst. Mama, hilf mir. Meine Mutter wird mir nicht helfen. Meine Mutter würde sich wahrscheinlich hinter mich verstecken. Okay, da wird geschossen. Meine... Ich bin ehrlich. Meine Mutter würde sich... Nein! Meine Mutter würde sich hinter mir verstecken. Ne, da rein. Ne, da rein! Das ist nicht schnell! Das war überhaupt nicht schnell. Ah, ja. Meine Mutter würde mich opfern, damit sie überlebt. Sag's euch. Oh. Hilfe. Wo ist er? Ich will da nicht hochklettern. Ich renne. Vielleicht sollte ich einfach hier unten hin und her rennen. Ich bin so ein Angsthase. Und das zählt ja nicht als Campen oder so. Ich lauf ja. Also, ich versteck mich ja hier nirgendwo. Oder? Ich weiß es nicht. Aber gut, die Zeit ist rum. Ich hatte so Angst. Ich hatte Angst, dass er mich gleich tötet. Okay. Und ich bin unschuldig. Und ich hoffe, dass nicht einer von diesen blauen Knörpsen hier Mörder ist. Denn davor hatte ich ein bisschen Angst, weil ich nicht immer zwüßte, welcher von denen das ist. Oh. Ah! Hilfe! Nein! 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 Wieso bin ich die Langsamste? Oh nein! Oh Mann! Wieso war ich so langsam? Das war schnell vorbei. Oh! Oh! Unschuldig! Wo ist das dreifache Lottchen hier? Die drei Schlümpfe. Ich will nicht sterben. Mann, das war gerade die Langsamste. Aber ich glaube, er ist auch gestorben. Aber trotzdem. Oh. Also, er wäre fast an dieser Münze vorbeigelaufen. Das darf natürlich nicht wahr sein. Und er wird auch getötet. Nee, so nicht. Nee, so nicht. Ich lasse mich so leicht, dass ich mich jetzt auch nicht töten. Wenn er der Mörder ist. Aber er verfolgt mich irgendwie. Ah! Das ist doch nicht er. Das ist der Blaue. Nein! Okay, aber nicht der Blaue. Oh mein, das wird jetzt richtig verwirrend. Töten die Blauen sich? Bin ich versteckt, wenn ich hier hinter ihm bleibe? Oh, da war er. Nein! Nein, bitte nicht. Nimm deinen Schlumpf, Freund. Oh Mann. Oh nein. Okay, Leute. Das war es jetzt auch schon wieder. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.